Heute habe ich 38 Webseiten mitgebracht, mit denen du auch Geld verdienen kannst im Internet. Wir schauen uns dieses Video an. 38 verschiedene Webseiten und dann auch einfach. Ich habe extra einfach markiert und du bist auf dem YouTube-Kanal Geld verdienen im Internet bei Michael Kurzo. Michael Kurzo, das bin ich. Du siehst oben auch den Chat eingeblendet, weil ich bin jetzt gerade live auf Twitch. Montags bis Donnerstags, 18 Uhr, bin ich immer live auf Twitch und wir schauen uns die besten Geld verdienen Videos im Internet an, damit du auch endlich Kohle verdienen kannst. Und jetzt schauen wir uns die 38 Webseiten an. Und gerne natürlich auch abonnieren, Herzchen geben, Glocke betätigen und ihr dürft natürlich auch teilen, egal ob das YouTube-Video oder auch den Twitch-Stream. So, ich bin mal gespannt. Diese 38 Webseiten ziehen wir uns jetzt rein. Zurück zu einem weiteren Video von meinem Kanal. Heute habe ich für dich fünf Umfrage-Webseiten am Start und fünf Webseiten, wo du als Designer Geld verdienen kannst. Okay, Umfrage-Webseiten finde ich nicht gut. Das wisst ihr. Meistens verdient man keine Kohle, aber okay. Das heißt, insgesamt sind es im heutigen Video zehn verschiedene Webseiten, eben fünf Umfrage-Webseiten und fünf Webseiten, wo du als Designer Geld verdienen kannst. Da ist auf jeden Fall die eine oder andere ganz coole Webseite. Wieso zehn? Da steht doch 38. Hä? Okay, mach's schauen. Vielleicht finden wir ja da ein paar Gutsche. Da steht doch 38. Hm. Rechnen kann man auch nicht. Dabei, davon abgesehen, werde ich aber auch noch ein paar mehr Webseiten erwähnen in dem heutigen Video. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Schau bis zum Ende. Ich werde wahrscheinlich insgesamt erwähnen, werde ich wahrscheinlich so um die 20 Webseiten zeigen, werde ich wie gesagt jeweils fünf, also insgesamt zehn. Ich würde aber sagen, wir quatschen nicht lange, ihr werdet das alles sehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und ich würde sagen, wir legen direkt los. Die erste Webseite im heutigen Video ist die Webseite designernlassen.de. Hier kannst du Geld verdienen als Designer. Du kannst hier bis ganz nach unten scrollen auf der Webseite und dann siehst du hier, als Designer mitmachen, da drückst du dann drauf und dann kannst du hier... Ach so, als Designer normalerweise, also wenn du in Deutschland bist oder so, du bist wirklich Designer oder so und bist doch bei der Künstlersozialversicherung angemeldet oder so, dann ist das lächerlich. Also der eine oder andere weiß das vielleicht oder so, ne? Weil wenn man zum Beispiel als Unternehmen Künstler einstellt oder Designer oder auch Freelancer oder so, muss man natürlich auch Abgaben für die Künstlersozialversicherung bezahlen oder beziehungsweise die Künstler bekommen da halt noch ein bisschen Geld hin. Es informiert euch einfach mal. Das ist halt echt so für viele Unternehmen, die Künstler Aufträge geben für Produkte-Designs und Flyer-Designs und so weiter. Die wissen das gar nicht, dass das halt ein Grab sein kann. Ich kenne das selbst. Ein Beispiel. Ich habe einen guten Freund, der hatte eine Werbeagentur. Und der hat auch Künstlersozialversicherungsabgaben bezahlt und, und, und. Der hat für eine Brauerei gearbeitet. Die Brauerei hat irgendwann mal gesagt, oh, du bist uns so teuer, wir nehmen jemand Günstigeres. Und dann hat die Künstlersozialversicherung bei der Brauerei irgendwann mal eine Prüfung gemacht und die Brauerei musste richtig viel Geld nachbezahlen, weil sie dann halt, ja, die Designer nicht vernünftig versichert hatten oder Abgaben bezahlt wurden und so weiter. Es ist Deutschland. Es ist ein bisschen komplizierter. Ja, hört euch das an, schaut euch das an, aber, wie gesagt, auch als Designer, ihr müsst halt schon, wenn ihr so ein Produktdesign macht oder so, das muss schon ein paar tausend Euro kosten. Und nicht einfach 68 Euro oder so. Sonst könnt ihr in Deutschland davon nicht leben. Hiermit quasi dein Sprungbrett in deine Designkarriere finden. Du bist Designer, komm an Bord und arbeite ortsunabhängig an spannenden Projekten von unterschiedlichen Auftraggebern. Du entscheidest frei, an welchen Projekten du teilnimmst, gewinne Neukunden und erhalte Folgeaufträge. Du findest hier bis zu 600 neue Projekte im Monat, schnelle Abwicklung und Auszahlung und Folgeaufträge per 1 zu 1 Projekt. Ja, wie funktioniert die Teilnahme, wenn du hier als Designer Geld für ihn möchtest? Du bist quasi dein eigener Chef, das ist ganz cool. Du kannst eben selber wählen, an welchen Projekten du teilnehmen möchtest und auch natürlich an wie vielen du teilnehmen möchtest. Wie funktioniert das jetzt genau? Du findest quasi ein Projekt, du suchst dir ein interessantes Projekt aus, du liest dir dann das Briefing durch und klärst Fragen per Kommentar. Danach geht es weiter mit dem Design hochladen und auf das Feedback reagieren. Das heißt, du lädst dann dein Design im Projekt hoch. Der Auftraggeber, von dem das Projekt kommt, gibt dir dann Feedback und danach geht es dann eben zur Gewinnerkührung und Datenübergabe. Bedeutet, wurdest du zum Gewinner gekürt, lieferst du dem Auftraggeber, die benötigt... Ach, das ist auch noch, wo du dann halt dich be... Also, es gibt dann halt, ich gebe einen Auftrag raus, ich sage hier, designt mir die Tasse und 10 Designer bewerben sich dann für den Auftrag. Und ich nehme den Gewinner. Oder wie? Was natürlich auch total kack ist, weil 9 haben dann halt gratis gearbeitet. Also, es gibt ja diese Ausschreibung und Dinge, wo man dann die Designs hinschickt und 9 bekommen überhaupt keine Kohle für ihre Arbeit und einer bekommt dann nur Geld. Das ist das? Ach, nö. Ich habe Design lassen schon lange nicht mehr angeschaut oder so, weil... ...Daten unterhältst dann dein Preisgeld ausbezahlt. Das ist quasi, wie die Teilnahme an einem Wettbewerb funktioniert. Projekt finden, Designer stellen und hochladen, auf das Feedback vom Auftraggeber reagieren und wenn du gewinnst, bekommst du das Preisgeld. Hier findest du auch noch ein kleines FAQ mit ein paar Fragen, welche Vorken... Aber, ähm, ich habe das schon gesehen in anderen Videos oder so, dann sind dann halt 50 Designer, die etwas hochladen. Einer verdient Geld, 49 gehen leer aus. Ja, wir haben Jahr 2023, aber es ist doch trotzdem, als Designer verkauf dich nicht unterm Wert. Was soll der Kack? ... im Bereich Design sollte ich haben. Da steht zum Beispiel auch Querensteiger bekommen meine Chance. Ist das Ganze kostenpflichtig? Nein. Weder die Registrierung noch die Teilnahme ist mit Kosten verbunden. Es fallen für dich als Designer keinerlei Nutzungsgebühren an. Brauche ich einen Gewerbeschein und vieles, vieles mehr. Ja, wie erhalte ich Preisgeld? Das kannst du dir hier alles durchlesen, weil du da irgendwelche Fragen hast. Und kannst dann hierüber eben als Designer Geld verdienen auf dieser Webseite. Ich persönlich finde es ganz cool. Kann man auf jeden Fall machen. Da kannst du als Designer den einen oder anderen Euro hier verdienen und coole Projekte finden und ortsunabhängig arbeiten und eben dann arbeiten, wenn du möchtest. Finde ich auf jeden Fall eine coole Webseite, wenn du als Designer Geld verdienen möchtest. Dann haben wir eine Umfragewebseite, die erste und zwar befragmich.de. Das Ganze ist ganz, ganz einfach. Du bekommst Geld dafür, dass du Umfragen beantwortest. Das sind alles Umfragen in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Das kann sein, irgendwelche Umfragen zum Thema Alkoholkonsum oder zum Thema Rauchkonsum oder über Essen, Trinken, über irgendwelche Fahrzeuge oder Politik oder Reisen oder Ähnliches. Also das sind alles Umfragen. Und wer bezahlt dich? Wer will da Geld bezahlen für deine Meinung? In ganz vielen verschiedenen Bereichen, die man bekommt. Und du musst dann quasi deine Meinung dazu sagen, deine Erfahrungen und Ähnliches. Und wenn die Umfrage dann erfolgreich beantwortet ist, bekommst du eben Geld. Für die Teilnahme an unseren Befragungen belohnen wir sie. Es gibt bei uns kein Punktesystem oder Gutscheine, sondern Geld. Und zwar 1 Euro bis 3 Euro pro Kurzumfrage. Also wenn du deine Pfandflaschen rausbringst oder so zu Hause, kriegst du auch 3 Euro. Oder wenn du nächstes Mal auf dem Parkplatz bist oder so und da sind irgendwie so 4 Red Bull Dosen liegen dort am Parkplatz und du hebst die auf, packst die in den Flaschenautomat rein oder so und hast da auch einen Euro. Da brauchst du nicht erstmal deine Daten verkaufen oder so. Und dich da anmelden. Die haben deine E-Mail-Adresse verifiziert, die Auszahlung und so weiter. Und rein theoretisch, ja, irgendwann musst du auch Steuern bezahlen oder so. Oder die zahlen überhaupt nicht aus, weil du erstmal... Ich rede jetzt nicht über diese Plattform, aber ihr habt mir das geschickt auf Instagram, dass ihr dann halt so eine Plattform zum Beispiel, wo es 20 Euro Mindestumsatz war und der eine oder andere hat 19 Euro Einnahmen generiert und hat dann keine Umfragen mehr bekommen und hat sozusagen dann auch nie die 20 Euro ausbezahlt bekommen, weil er keine Umfrage mehr bekommen hat, um den letzten Euro voll zu machen, damit die Auszahlung dann halt endlich da ist. Ganz eklige Machenschaften. Der Name ist ganz simpel. Wie gesagt, du bekommst dann immer per E-Mail eine Benachrichtigung, wenn eine Umfrage zur Verfügung ist. Da siehst du dann auch die Dauer und die Höhe der Vergütung und die kannst du dann am Computer oder am Smartphone dir beantworten. Auch zum Thema Datenschutz kannst du hier durchlesen und dann kannst du dich hier natürlich dann kostenlos registrieren. Du beantwortest dann eben diese Umfragen und du bekommst dann eben, wie gesagt, Geld, was du dir dann ausbezahlen kannst. Du kannst hier unten entweder Deutschland, Österreich oder Schweiz dich registrieren, je nachdem und dementsprechend kannst du dann hier eben immer mal wieder ein paar Euro verdienen. Du wirst mit Umfragen nicht reich werden. Wenn du so 10 bis 20 Umfragewebseiten aktiv nutzt, dann kannst du so 100, 200, 300 Euro pro Monat verdienen mit Umfragen und das Positive oder das Coole. Also bei 10 bis 20, also 10 Webseiten bei 300 Euro wäre es 30 Euro pro Webseite oder so. Bezweifelig fast. Ganz ehrlich. Ich habe nur eine coole Umfrage. Also es gibt bei Google wohl, in der Google App oder so, so eine Umfrage, da kann man sich dann halt Play Store Guthaben auszahlen lassen oder so. Und da habe ich mal ein Video gesehen von einem Pärchen, ein Mann und eine Frau, die haben diese Umfragen gemacht und auch gleich viel Zeit investiert. Aber die Frau hat viel, viel mehr Geld verdient innerhalb der Zeit, weil die Meinung der Frau viel gefragter war von Google. Und die hatten sich dann halt immer dann halt Play Store Guthaben, dann halt haben das eingetauscht oder sowas. Das war irgendwie das, wo es am meisten Kohle gab und die wirklich dann halt auch das ausbezahlt bekommen haben, in Form dann halt von Play Store Guthaben. Aber okay. An Umfragen ist eben, dass es eine mega einfache Möglichkeit ist, mit der du im Moment nicht Geld verdienen kannst. Und dementsprechend könnte vielleicht die Umfrage-Webseite Befragmich.de ja für dich ganz interessant sein. Dann haben wir deine Designing-Webseite, und zwar die Webseite Teespring. Hier kannst du oben rechts auf Beginnen zu Design drücken. Dann kannst du dich hier dann eben auf der Plattform registrieren und kannst dann hier eben, ja, als Designer Geld verdienen. Deine Designs werden dann auf irgendwelche T-Shirts oder Cappies oder T-Shirt-Business. Ich habe ja in meiner Mastermind auch jemand, der verdient auch den einen oder anderen Euro, also schon ganz gut mit T-Shirts. T-Shirt-Business kann immer gut laufen, gerade so Amazon, über Amazon die T-Shirts zu verkaufen und so. Und du nutzt da echt meistens ganz viele Plattformen und lädst überall die Designs hoch oder so. Aber die Plattformen sind auch überlaufen. Am besten ist, dass du hast dann eine externe Traffic-Quelle, weder organischen Traffic oder bezahlten Traffic. Und aber einfach nur so hochladen und warten, dass dann Verkauf stattfindet, ohne irgendwelche Erfahrungen, wie du da weitere Besucher extern drauf bekommst, auf dein T-Shirt, wirst du echt Schwierigkeiten haben. Du wirst einfach extreme Schwierigkeiten haben, weil du dann halt heute der Tausendste bist, dein Design hochlädt. Und davor die Tage 10.000, 100.000 Leute auch Designs hochgeladen haben und auf Jahressicht eine Million Leute oder so gefühlt. Oder ein paar 10.000 Leute eine Million Designs hochgeladen haben. Deshalb, da musst du echt Traffic generieren können. Taschen oder Phone-Cases oder ähnliches drauf gedruckt. Die Plattform produziert das Ganze, versendet das Ganze, kümmert sich um den Kundensupport. Und das, was du quasi machen musst, ist wirklich einfach nur das Design zu erstellen. Der Rest kümmert sich quasi die Plattform. Wie gesagt, wenn du darüber Geld verdienen möchtest, du erstellst ein Design. Das Design wird auf verschiedene Produkte drauf gedruckt und du bekommst dann eben Geld, wenn sich das jemand kauft. Finde ich auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Da kannst du den ein oder anderen Euro verdienen. Check die Webseite gerne mal ab. Dann haben wir die Webseite Just Answered. Das ist jetzt keine klassische Umfrage-Webseiten, so wie die anderen, die ich vorstelle. Aber du kannst dir trotzdem Geld verdienen, dadurch, dass du Fragen beantwortest. Und zwar, wie funktioniert das Ganze? Geld verdienen mit Spaß an der Arbeit. Du verdienst Geld, indem du Kunden bei der Lösung von Alltagsproblemen hilfst. Also die Leute haben irgendwelche Fragen und du kannst sie dann helfen und beantworten. Bedeutet, du solltest dich in irgendeinem Bereich quasi als Experte sehen und dich da auch auskennen. Du kannst online arbeiten, wann und wo. Das Einzige, wo das wirklich ganz gut funktioniert, wobei das ist ja nicht diese Umfrage, sondern diese Rechtsanwalt- oder Arztportale, wo dann jemand eine Rechtsfrage stellt und der Rechtsanwalt beantwortet das dann halt für so und so viel Euro. Das ist jetzt kein Umfrageportal in dem Sinne von, aber da kriegen die Rechtsanwälte wirklich Geld und die Ärzte und so weiter. Und wenn das so etwas ist, dann könnte das schon ein bisschen besser sein, weil man kann dann auch sagen, hey, als Rechtsanwalt, hey, die Antwort kostet halt 50 Euro. Bezahlst du die ja oder nein? Und dann gibt man als Rechtsanwalt die Antwort. Also, wenn das das ist, ist es schon etwas Besseres. Wo du möchtest und natürlich auch wie lange du möchtest. Das Einzige, was du benötigst, ist ein PC oder Smartphone und eine Internetverbindung. Du kannst eben so viel arbeiten, wie du möchtest. Du kannst deine eigenen Arbeitsstunden festlegen. Du kannst die Fragen auswählen, die du beantworten möchtest. Was wird aufgehört? Ja, du kannst so viel arbeiten, wie du willst und bla bla bla. Es müssen ja auch Aufträge da sein, ne? Also, ich möchte vielleicht acht Stunden Online-Marketing-Fragen beantworten auf der Plattform, aber wenn es keine neuen Fragen gibt, die ich beantworten kann und wofür ich Geld bekomme, kann ich auch noch so viel arbeiten wollen oder so. Oder ich habe das sehr oft gesehen, es gab ja eine Zeit lang, so vor zwei Jahren, die ganzen Mikro-Job-Plattformen, wo man dann halt im Supermarkt fährt, macht ein Foto, bla bla bla, kriegt dafür Kohle oder so. Hat ja auch alles funktioniert, aber da habt ihr mir auch gesagt, dass viele Aufträge einfach weg sind. Also, wenn ihr um 16 Uhr, 17 Uhr von der Arbeit kommt, haben dann vielleicht Schüler, die schon um 14 Uhr Feierabend hatten, haben die Aufträge des Tages schon erledigt gehabt. Und dann braucht ihr euch um 17 Uhr gar nicht mehr einloggen, weil die Aufträge alle weg sind. So ist es auch oft bei den Plattformen, auch bei den Frage-Plattformen ist es manchmal so. Es gibt diese Fragen, aber die werden morgens um 8 Uhr freigescheinert. Und wenn du morgens um 8 Uhr nicht da bist und es werden nur 20, 30 Leute gesucht, die die Fragen beantworten, dann könnt ihr da halt einfach kein Geld verdienen, wenn ihr abends um 20 Uhr wie alle anderen da an der App rumfummeln seid. Also überlegt euch das, je nach App, ob es so welche Funktionen gibt, dass es nur eine begrenzte Zahl gibt, wann die Sachen, die Aufträge freigeschaltet werden und, und, und. Und das sorgt auch dafür, ob du Geld verdienst oder nicht. Und kannst dann darüber Geld verdienen. Du siehst, es gibt hier Experten im Bereich Anwälte für Familientrecht, Tierärzte, Mechaniker und viele, viele weitere Spezialisten. Und wenn du dich eben auch irgendwo auskennst, dann kannst du solche Alltagsprobleme von irgendwelchen Leuten die Fragen lösen und beantworten. Und du bekommst dann eben auch dafür natürlich gar nicht mal so wenig Geld. Wie bewirbst du dich hier? Du musst dich hier online bewerben. Was heißt gar nicht mal so wenig Geld? Tolles Video. Man könnte ja auch sagen, wie viel Geld man jetzt bekommt und wie man das ausbezahlt bekommt und sonstige Voraussetzungen. So benötigst du einen gültigen. Bekomme ich das einmal im Monat ausbezahlt? Bekomme ich das immer ausbezahlt, wenn ich 200 Euro erreiche? Oder warum, wie und was? Das fehlt alles. Ausweis und entsprechende staatliche Zulassungen, Zeugnis oder Zertifizierungen. Danach geht es zur Verifizierung, wo die Plattform sich dann eben deine Daten ansieht, ob alles passt oder eben auch nicht. Das Ganze dauert dann wenige Tage und solltest du dann angenommen werden und eben zugelassen werden, dann bekommst du die Tools, die du benötigst, um die Fragen zu beantworten. Und dann kannst du eben hier Geld verdienen. Bezahlt wirst du hier auf der Webseite einmal pro Monat über HyperWallet. Das heißt, du müsst euch da ein externes Konto erstellen, was ich ein bisschen schade finde, aber naja, ist okay. Ich persönlich habe zum Beispiel auch einen HyperWallet-Account wegen der Webseite WorkGenius. Es wird direkt auf das angegebene Bankkonto oder Paypal dann überwiesen. Okay, warum nicht sofort auf Paypal? Ich hasse diese ganzen Plattformen und so. Ich bin in den letzten Jahren, also jetzt die letzten zwei Jahre ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber davor habe ich mich auch an so vielen Plattformen angemeldet irgendwie so Paypal-Alternative, weil irgendwelche Tools nur irgendwelche Zahlungsdinger auszahlen. Dann gibt es die Dinger nicht mehr. Dann kenne ich die Accounts nicht. Dann wird mir gesagt, sie sind schon angemeldet und sind aber noch nicht verifiziert. Und so, ich hasse diese ganzen zusätzlichen Plattformen-Accounts oder so, weil du vergisst es auch irgendwie. Vielleicht bin ich da auch schon angemeldet bei HyperWallet oder so und weiß es noch nicht, weil ich das vor vier Jahren gemacht habe oder so. Ich hasse das. Warum nicht einfach vernünftiges Business, einfach aufsetzen? Warum es den Kunden erschweren? und gleichzeitig kostet es bei Paypal auch wieder Geld und so. Bankkonto, deutsches Bankkonto, internationales Bankkonto, was geht da? Weil ich hatte auch schon mal, das Heftigste war, habe ich Geld von einer New Yorker Firma bekommen. Das ist eigentlich schon ein bisschen mehr und die haben mir dann 25 Dollar oder so pro Überweisung abgezogen oder so. Also von New York nach Deutschland in dem Fall war es dann halt 25 Dollar oder so Bankgebühren. Ja, Prost Mahlzeit. Das Geld kommt auf dein HyperWallet-Konto und von deinem HyperWallet-Konto kannst du dann auf dein Bankkonto oder Paypal ausbezahlen. Das funktioniert ganz gut, also das macht mehr oder weniger keine Probleme, aber man muss extra dein Konto erstellen. Das kann für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen nervig sein. Davon abgesehen ist es aber eine sehr, sehr coole Webseite. Du beantwortest Fragen und bekommst dafür sehr, sehr viel Geld teilweise. Also du kannst dir wirklich sehr, sehr gutes Geld verdienen. Wie gesagt, du hast hier einige Kategorien, einige Fachrichtung-Kategorien, wo du dann hier eben dich als Experte ja, hier loslegen kannst und hier Fragen beantworten kannst. Online-Marketing gibt es gar nicht? Nein. Ja, vielleicht könnte man Computer machen, oder so. Aber ich bin auch kein Computer. Ich will Online-Marketing. Ich kann schon wieder kein Geld verdienen. Scheiße. Dann muss ich weiter Twitch machen und so von drei Zuschauern. Aber es macht mir Spaß. Habt ihr irgendwas zu sagen? Wie viele Leute sind wir denn jetzt hier bei Twitch? Ach, Zuschauer. Ich habe gelogen. Unfassbar. Sehr, sehr geil. Ach, Zuschauer. Ihr dürft gerne den Chat vollhauen und so weiter. Und ihr dürft auch gerne Abo, liken und so weiter. Ich freue mich. Also, schauen wir mal weiter. Was haben wir noch für Geldideen hier? Und darüber Geld verdienen kannst. Es ist jetzt keine klassische Umfrage-Webseite so wie die anderen. Das möchte ich, wie gesagt, nochmal erwähnen. Aber trotzdem eine Möglichkeit, wie gesagt, wo du mit dem Bauten von Fragen Geld verdienen kannst und das wirklich auch deutlich besser als mit den Klassen. Auch, wo zahlen die aus? Ist es nur, in einer amerikanischen Firma bekomme ich dann halt eine Gutschrift, Brutto, Netto, mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer und so. Das sind alles so schon wichtige Faktoren, um so etwas zu machen, damit man auch weiß, hey, ich gebe dem Finanzamt dann halt die Gutschriften und so und die wissen, hey, ich habe keine Mehrwertsteuer bekommen, also brauche ich auch keine abgeben und so weiter. Und das sind alles so kleine Faktoren, die dir dann halt so helfen später. Zwischen Umfrage-Webseiten, deswegen vielleicht auch die könnte für den einen oder anderen ganz interessant sein. Dann haben wir die Webseite Displate. Die Webseite Displate finde ich sehr, sehr cool. Ich habe selber Displates zum Beispiel auch zu Hause, aber ihr könnt hier auch Geld verdienen, indem ihr Designs erstellt, solche Displates. Ja, ihr erstellt so ein Design und jedes Mal, wenn sich dann jemand euer Displate kauft mit eurem Design, bekommt ihr dann Geld. Ihr findet hier unten Earn with Displate Sell your art. Da könnt ihr draufdrücken, dann könnt ihr hier quasi joinen den Portal und hierüber dein Geld verdienen. Ihr seht hier, you will earn 50% commission of the total sale value by sharing the links to your artworks on social media, buy Displates with your design for 50% less whenever you need them for gifts oder ähnliches, also als Geschenke oder ähnliches und upload you. Okay, eigentlich ganz gut, wobei höchstwahrscheinlich mit denen, wenn du dann halt deine Designs kaufst und den Rabatt bekommst, ob die nach Deutschland liefern, keine Ahnung, aber schaut auf jeden Fall interessant aus. Wenn du wirklich dann halt Designer bist oder so und deine eigenen Poster hochlädst oder designst, ja, vielleicht ist das etwa so den ersten Schritt, aber also für mich wäre es auch wieder nichts. Ich bin also, also ich habe immer noch einen, ja, ich wurde echt mal so von meiner Kindergärtnerin damals mal zusammengeschissen und das belastet mich heute immer noch. Da habe ich was gemacht, gezeichnet und so und die hat gesagt, das war einfach nicht gut. Und seitdem wusste ich, ich werde kein Picasso. Also, ah. You design and let us promote your art to 50 million people per month. You earned commission on every artwork sold. Wie gesagt, du bekommst immer Geld, wenn jemand sich ein Display kauft mit deinem Design. Du kannst darüber wirklich ganz gut Geld verdienen, je nachdem, wie viele Displays oder wie viele Designs du natürlich hast und wie häufig es sich verkauft. Das ist klar, aber du kannst da wirklich teilweise sehr, sehr gutes Geld mit verdienen als Designer. Wie gesagt, ich selber habe auch mehrere Displays zu Hause schon gekauft bei der Webseite, weil ich die einfach mega schön finde und mega cool finde. Displays ist... Was macht man denn da mit mehreren in der Wohnung hinhängen? Wie groß ist denn deine Wohnung, um mehrere zu kaufen? Das ist eine sehr bekannte Webseite, wo sehr viele Leute draufgehen, wo sehr viele Leute sich Displays kaufen. Also du hast hier wirklich die Möglichkeit mit sehr viel Reichweite... Ich will einen mit Iron Man haben. Auf jeden Fall. Iron Man oder gar nichts. ...seite auch Geld verdienen. Finde ich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, eine sehr, sehr coole Webseite, wenn du also das Ende Geld verdienen möchtest. Solltest du die Webseite auf jeden Fall auch mal abchecken. Dann haben wir die Webseite Nordsted Panel. Wie gesagt, eine weitere Umfrage-Webseite, wo du eben Geld bekommst, dafür, dass du Umfragen beantwortest. Sollen wir die weiter... Umfragen kommen? Umfragen sind scheiße. Wir machen weiter. Darf man scheiße hier sagen? Mal ab. Dann hätten wir den Anprojekt natürlich wieder eine Designer-Webseite. Auch hier Designer-Icons. Ich weiß nicht, wer Icons kauft. Icons sind bei jedem Grafiktool gratis oder so. Ob du Canva hast oder irgendwie Photoshop oder CorelDor oder so. Du hast Millionen Millionen von Icons gratis. Warum kauft jemand Icons? Ich verstehe es nicht. Warum verdient jemand hier von euch mit Icons Geld? Wer hat denn da was geschrieben? Man darf alles sagen. Fangen nicht auch mit dem Quatsch an. Ja. Nee, machen wir nicht. Ähm. Okay. Ähm. Aber Icons Business. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich weiß ja nicht, was für ein Quatsch oder so du jetzt hier meinst oder so. Wir sind ja ja immer noch bei einem seriösen Unterhaltungs-Sender hier. Es geht halt nur um das Thema Geld verdienen. So, weiter. Leute, hier kannst du Icons verkaufen. Du siehst hier ein paar Beispiel-Icons. Und wenn du hier deine Icons verkaufen möchtest, könnte das ganz interessant sein. Wenn du jetzt sagst, du kannst selber keine Designs erstellen, hättest du natürlich die Möglichkeit, über die Webseite wie Fiverr oder ähnliche, dir einen Freelancer zu suchen, der für dich Icons erstellt. Ähm. Du brauchst natürlich nur die Rechte daran. Das ist natürlich wichtig. Aber wenn du es selber nicht kannst, könntest du... Aber man muss ja auch ein bisschen aufpassen, weil der Fiverr-Freelancer kann die auch echt auch woanders runterladen. Du lädst sie hoch und bist dann halt in der Haftung. Ne? Also immer auch da, wenn du ein bisschen größeres Business hast und so, ähm, ein bisschen aufpassen. So, wer hat denn da jetzt was geschrieben? Ich sehe nur gerade ein bisschen blaue Schrift. Ähm. Ja, das stimmt. 666, das, äh, es gibt ja auch so ein paar. Aber im Großen und Ganzen hast du dann wieder so ein Abo irgendwo oder wer hat diese ganzen Gratis-Tools, ne? Aber so, dass du sagst, hey, für 5 Euro kaufe ich dieses Icon oder so dieses Modell ist eigentlich schon eher weniger, ne? Ähm, finde ich jetzt. Also ich würde jetzt kein Icon einzeln kaufen auf eine Plattform und dann mit Kreditkarte bezahlen oder so. Wenn ich dann halt irgendwie so ein Grafikpaket habe oder Canva, ich habe ja auch ein Pro-Abo bei Canva, ja, dann benutze ich halt die vorhandenen dort. Das war ja auch nur so die Aussage. So jemanden suchen, einen Freelancer suchen über Fiverr, ähm, der das für dich macht, und dann eben die hier hochladen und verkaufen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für Leute, die jetzt selber keine Designer sind. Für die anderen Leute, ihr könnt hier eben diese Icons erstellen, die hierüber verkaufen und darüber, ja, immer mal wieder passiv ein bisschen was verdienen, wenn sich jemand ein Icon kauft. Ich finde es auf jeden Fall... Aber wir müssen ja darüber reden. Ja, du kannst damit ein paar Cent verdienen oder so, aber je nachdem, wo du auch wohnst, wenn du natürlich in Thailand wohnst, dann mag das vielleicht schon ganz gut sein, so Plattformen, und du hast dann 100 Plattformen oder so und verdienst dann halt ein paar Euro oder so. Aber wenn du ein Gewerbe hast und hast dann diese Plattform und musst einen Steuerberater bezahlen, Krankenversicherung und so und keine Ahnung was, dann doch alles, je nachdem, was du für ein Gewerbe hast, vielleicht noch Berufsgenossenschaft oder Industrie und Handelskammer irgendwann mal, dann ist das einfach lächerlich. Die Auszahlungen sind einfach lächerlich. Lasst mir das einfach so, lasst mich das euch so sagen. Es bringt euch keine Kohle. Macht ein vernünftiges Business. Da müssen halt Hunderte oder Tausende von Euros im Monat rüberkommen und irgendwie 3,78 Euro mit dieser Plattform, 4,98 Euro und so. Das kommt ja, je nachdem, wie das auch ausbezahlt wird. Euer Steuerberater hat mehr Buchungen und so, das kostet dann auch wieder mehr Geld. Teilweise ein Businesskonto kostet dann auch jeder Zahlungseingang Geld und so was. Dass das überhaupt keinen Sinn macht, so viele Plattformen, wenn du nicht eine bestimmte Masse an Umsatz mit so einer Plattform machst. Das ist je nach Plattform anders und so weiter. Und ja, am Anfang kann man sagen, okay, verdiene ich vielleicht nur 5 Euro oder so im Monat an dieser Plattform und mache dann ganz viele oder so. Aber es ist irgendwie kein Business. Du wirst damit deine Miete, deine Krankenversicherung und alles nicht bezahlen können auf lange Sicht mit diesen Plattformen. Es sei denn, du machst auf so eine Plattform 500 Euro, 300 Euro oder so locker. Stimmt ihr mir dazu, liebe Twitch-Gemeinde, wir sind ja ein paar mehr oder so. Ja, deshalb lasst euch da nicht so ein bisschen im Boxhorn jagen oder so. Ihr müsst mehr Geld verdienen. Ihr habt auch viele Abgaben und wenn ihr dann einfach mal so die laufenden Kosten als Selbstständiger guckt, wie hat Steuerberater, beste Beispiel, die Bank, die pro Buchungsbeleg dann auch nochmal ein paar Cent haben will und und und. und der Steuerberater, gerade wenn ihr dann halt 100 Plattformen habt und 100 Zahlungseingänge von 5 Euro oder so, braucht er auch mehr Zeit, um eure Buchführung zu machen oder so. Ja, man kann unter Umständen ein Buchführung selber machen oder so, aber hey, alles Pocket Money. Gibt es noch nicht einen YouTube-Kanal, der Pocket Money heißt? Also eigentlich ist es sogar so, ja, Sparschwein oder so. Ja, geht Flaschen sammeln, das ist noch ein richtig geiles Business. Geht dann lieber Flaschen sammeln bei Rock am Ring, wenn Fußballspiel, Bundesligaspiel da ist, von morgens bis abends oder so und wenn ihr richtig geil Flaschen sammelt und Bierdosen und so weiter, habt ihr 180 Euro am Tag von so einem Fußballspiel oder so. Vielleicht habt ihr Glück, steigt dann Zug ein, weil vielleicht habt ihr sowieso eine Monatskarte oder so, steigt dann Zug ein und dann sind da in einem Abteil, sind dann, weil die Fußballfans gerade aussteigen, sind da einfach 30, 40 Dosen auf 25 Cent. Damit machst du richtig Kohle, aber mit diesen Icons oder so, oh. Okay, jetzt habe ich es aber gegeben, oder? Aber jetzt weiter. Eine sehr solide Webseite, es gibt ja Leute, die haben ein komplettes Icon-Business, die da mehrere tausende Euro pro Monat verdienen, die extrem viele Icons auf sehr vielen verschiedenen Webseiten haben. So Leute gibt es, aber euch sollte natürlich bewusst sein, wenn ihr damit startet, vor allem, dass das sehr lange, einige Monate, vielleicht auch ein Jahr oder länger dauern kann, bis ihr damit wirklich regelmäßig was verdienen werdet. Macht euch da keinen Stress, wenn ihr als Designer im Internet Geld verdienen wollt, das kann dauern, vor allem am Anfang. Wenn ihr eben auf der Suche seid, euch ein Icon-Business aufbauen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel so eine Webseite wie denn am Project nutzen. Coole Webseite, check die gerne mal ab. Dann haben wir die Webseite Mingle. Hier ist ein kleiner Unterschied. Das ist natürlich eine Umfrage-Webseite, aber hier ist ein kleiner Unterschied. Hier beantwortest du Umfragen und für das Beantworten der Umfragen bekommst du sogenannte Mingle-Punkte und diese Mingle-Punkte kannst du dann gegen Gutscheine, Bargeld einlösen. Oh, ich habe so viele Plattformen auch gesehen, da kriegst du Gutscheine und diese fucking Gutscheine hättest du auch so bekommen. Also oft sind diese Gutscheine, die du dann bekommst bei diesen Plattformen auch einfach so Affiliate-Links. Es gibt ja diese Fotobuch-Gutschein oder 10 Euro Anmeldung für Newsletter und so. Es gibt ja genug Gutscheine im Internet. Und es gibt echt ein paar Umfrageportale, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Dann bekommst du da zum Beispiel einen Lottoschein oder so für 5 Euro statt 20 Euro oder so. Aber das sind ganz normale Affiliate-Produkte, die die dann bewerben. Also du erarbeitest dir 10 Euro, die Gutscheine werden freigegeben und das ist einfach nur Müll, den du auch irgendwo auf anderen Seiten einfach mit 2 Minuten Suche gefunden hättest. Ja, ich weiß nicht, ob das diese Plattform ist, aber wir haben uns schon so viele in der Vergangenheit angeguckt, deshalb, ich weiß nicht alle, aber ich weiß, wenn da steht Gutscheine oder so, dann ist das echt so mit Vorsicht zu genießen. Also wir sind ja immer Affiliate, ich bin immer Affiliate-Marketing und ein Gutschein-Code kann auch immer ein Affiliate-Links sein sozusagen, weil der Gutschein-Code dann gebündet ist, jemand, der herausgeber das Gutschein weiß, hey, die und die Person hat den Gutschein rausgegeben und die bekommt dann eine Umsatzbeteiligung und so. Deshalb haben zum Beispiel Leute auf Instagram und so geben sehr oft Gutscheine-Codes raus, die dann halt vielleicht noch so heißen wie der YouTube-Kanal oder so, hey, gib meinen YouTube-Kanal-Name ein als Gutschein und dann bekommst du nochmal 10 Prozent. Ja, aber der YouTuber oder der Instagramer bekommt auch nochmal ein paar Prozent. Ist ja cool, ich bin ja auch selbst immer Affiliate-Marketing, aber wenn ich dann erstmal Umfragen ausfüllen muss, damit ich dann halt Gutscheine bekomme. Schauen wir mal weiter, was haben wir jetzt noch? Haben wir noch was Cooles hier? Dann haben wir PNG-Tree. Hier wieder natürlich die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit Designs. Du siehst hier, du kannst PNG, Vektor, Clipart, Icons, 3D, Foto, PSD und ähnliches hier hochladen. Das heißt, du hast hier sehr viele verschiedene Sachen, die du hier hochladen kannst als Designer und darüber Geld verdienen kannst. Ich glaube, als Designer, wenn du diese Massenware machst, kannst du das echt nur auf ganz, ganz vielen Plattformen hochladen. Zum Beispiel auch diese GIFs oder so, da musst du dich echt so bei 50 Plattformen anmelden gefühlt und so ein Design machen, das überall hochladen und echt so Hoffnungs-Marketing machen und hoffen, hoffen, ich hoffe nicht, verirrt sich jemand und kauft das auch auf so welchen Plattformen. Wenn ich dann schon sehe, gratis Download oder die haben so ein Premium-Abo, gerade auch diese Plattformen, die so ein 10-Euro-Angebot haben, so hey, zahl 10 Euro und lad dir so viele Designs runter, wie du willst im Monat und so. Der Designer bekommt dann einfach nur einen Bruchteil davon ab. Das ist so wenig, dass sich das meistens nicht lohnt. Also ich würde es auch nicht machen als Designer. Wenn ich gut designen kann, würde ich andere Sachen machen. Da gibt es ja echt gute Sachen, die man da machen kann, aber ja, nicht diese Massengeschäfte. So, haben wir noch was Cooles? Haben wir noch eine Seite? Komm, wir springen einfach mal voran. Dann hätten wir noch die Webseite Meinungsplatz, natürlich auch eine umfragende Webseite. Auch die nutze ich über ein Jahr lang schon. Das ist eine sehr, sehr gute Webseite, finde ich persönlich. Dann zeigt mir jetzt die Einnahmen. Wenn du so ein Jahr nutzt, dann zeigt die Einnahmen. Okay, hier ist ein YouTube-Kanal. Wollen wir noch was? Okay, hier sind noch ein paar andere aufgelistet. Okay, ich würde mal sagen, für mich ist nichts dabei gewesen. Großartig, ich bin kein Designer. Wenn ich designen könnte, würde ich eigene Projekte machen und Plattformen und meine Designs nicht verramschen für ein paar Cent. Umfragen würde ich niemals machen. Dafür ist meine Zeit zu schade und ich verkaufe meine Daten nicht und ich habe noch zwei weitere Videos für dich. Check die ab. Ich bin raus. Ciao.